Alter eh, war normal mit dir hier. Hast du nicht gesagt, der soll sich tiefenentspannen? Ja, aber nicht du! Das ist tiefenentspannung. Einfach alle flattern lassen. Nicht, dass er auch nicht auf die Couch kackt. Ey, hör auf den jetzt. Wann ich nicht? Äh... Was? Was ist los? Hör mal, ich musste... Entschuldigung, ich musste vor Schreck mal ganz kurz auf deinen Schoß hüpfen. Sorry. Ich wollte nur mit Zinner kuscheln. Bitte klipp das. Okay, dann war ich anders. Bitte klipp das mal. Bitte ohne Scheiße, es war alles gut. Oh... Voila, von haut der Schreck... Ich... Halt... Ganz ruhig. Rüste, guck mal. Warte, oder? Warte, was war das hier? Oh, das war jetzt gut. Ich sag Brüste und der... Hup, hup! Schonmal mittiere. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab noch mehr Hunger! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hilfe! Ja gut! Ich hab keine Spannung! Oh mein Gott! Ja dann mach du erst! Hilfe! Das erklärst du aber dem ACLS! Was ist das? Haben sie heute in die Arschkarte gezogen? Dann jetzt ein Menü von Masel! Masel! Warte mal, dann bräuchte ich so engelsgleiche Stimmen so Masel, beliefert sie gehen! Bim! Oh ja, das war cool! Was ist das? Hä? 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 Machst du mir doch mal bitte einen Clip, Alter! Ich hab das jetzt nicht verstanden! Bitte machen! Nee! JOL! Was war das denn? Jawohl! Alter! Ich hab das nicht verstanden! Ich hab das gar nicht! Oh ja! Hm. Ich hab das. Alter, was war das denn jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020